Neues vom Känguru Mit Marc-Uwe Kling Seit geraumer Zeit sitze ich in der Eckkneipe bei Hertha an der Theke auf einem Barhocker und warte. Es gibt so ne und solche oder jetzt noch ganz andere, aber die sind die Schlimmsten, sagt Hertha. Was? Mhm, sage ich. Aus der Musicbox leiert I've been looking for freedom. Ich habe das Lied gewählt. Es ist das Beste der Sammlung. Arbeiten macht Spaß, aber Arztstundenspaß kann ich einfach nicht vertragen, sagt Hertha. Was? Mhm, sage ich. Endlich setzt sich das Känguru neben mich an den Tresen und sagt Ich habe absolut keinen akzeptablen Grund dafür, dass ich zu spät bin. Äh, aha, sage ich. Es tut mir ein bisschen leid, aber ich werde deshalb nicht schlecht schlafen. Äh, schon okay, sage ich. Ich fahre eine neue Strategie, sagt das Känguru. Entwaffnende Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit umgehen kann, sage ich. Das weiß ich auch nicht, sagt das Känguru. Morgensstund hat Jolt im Mund, wer lange schläft, bleibt auch gesund, sagt Hertha. Was? Mhm, sage ich. Es gibt so oder solche, oder gibt's noch ganz andere, aber das sind die Schlimmsten, sagt das Känguru. Meine Rede, sagt Hertha. Ich schlage mir mit der flachen Hand gegen die Stirn. Das Känguru signalisiert Hertha mit zwei Fingern, dass es einen Schnaps will. Lieber ein bisschen mehr, aber dafür was Jute, sagt Hertha und schenkt ein. Was? Seufste, stirbste, seufste nicht, stirbste hoch, sagt das Känguru. Also seufste, sagen sie zusammen. Das Känguru trinkt seinen Schnaps. Ich muss danach schon wieder los, sagt es. Was macht's? Eine Mark und vierzig Cent, sagt Hertha. Mein lieber Herr, ich sage es fein, sagt das Känguru. Mit das Bezahlen verplempert man das meiste Geld, sagt Hertha. Was? Mhm, sage ich. Kannst du heute mal bezahlen, fragt mich das Känguru. Keine Haare auf dem Kopf, aber ein Kammer in der Tasche, sagt Hertha. Was? Krieg gleich was vor dem Bahnhof, dass hier Siegstüge entgleisen, sagt das Känguru. Noch ein Wort und ich hau dir auf dem Kopf, der dir durch die Rippen kiekt, wie der Affe durchs Jitter, ruft Hertha. Aus irgendeinem Grund muss ich plötzlich an The Secret of Monkey Island denken. Wenn du lang wärst, wie du doof bist, könntest du kniend aus der Dachrinne saufen, erwidert das Känguru. Du denkst ja vielleicht, du bist hart, aber ich bin Hertha, sagt Hertha. Das Känguru kichert, stupst mich an und flüstert, sie hat's schon wieder gesagt. Ich reiche Hertha das Geld. Naja, nix für Unjuts, sagt Hertha, aber. Iwo, sagt das Känguru. Iwo. Es gibt eben Sohne und solche und dann gibt's noch Jens andere, aber das sind die Schlimmsten, sage ich. Ich muss jetzt die Schlimmste, die Schlimmste und solche, die Schlimmste und die Schlimmste und die Schlimmste.